Wie konnte eigentlich so eine Hoffenheimer Mannschaft so lange kein Spiel gewinnen? Und warum lassen wir uns auskontern gegen so einen Gegner? Auswärts, total unnötig. Servus Bremen-Fans, ich bin der Basibé, Bremen-Fan aus Bayern und darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Der SV Werder Bremen verliert zum Abschluss des 24. Spieltags das Auswärtsspiel bei der TSG 1899. Hoffenheim mit 2 zu 1, der zukünftig der Nationalspieler, nicht Marvin Duxch, der wurde heute ausgewechselt, nein. Bayern, weiß seinen Vornamen jetzt nicht auswendig, macht zwei Tore in der 48. Minute. Und Alvero kann nur noch in der Nachspielzeit. mit Ergebniskorrektur betreiben. Aber mal wieder von vorne, der Kader. Das war meine Vorhersage für den Kader, aber wie im letzten Video schon angedeutet, im letzten Fazit-Video schon angedeutet. Auf Wiedersehen, Bore, vielen Dank für deinen Einsatz. Nun ist es offiziell, er oder fast offiziell ist heute anscheinend schon nach Brasilien geflogen. Daher ist er hier schwarz markiert, weil er war gar nicht mehr im Kader, sondern der Mann, der beim Nachwuchs spielen sollte laut Pressekonferenz am Freitag. Der junge Leon Opitz ist wieder fit und war im Kader und somit sah der Kader für Hoffenheim so aus. Und hier nochmal, alles Gute, Bore. Vielen Dank für deine vier Tore waren es, glaube ich. Vielen Dank. Zwei Fragen hatte ich an Ole vor dem Spiel. Erstens, Ole hat Hoffenheim gelobt, war das Taktik? Ich glaube, die Antwort kann man sich jetzt denken. Und zweite Frage, sind wir nicht sogar der Favorit in dem Spiel? Naja. Also, zweimal ist die Antwort Nein. Ole hat sie vollkommen zu Recht gelobt. Ich weiß zwar nicht, warum die letzten Spiele außer Dortmund natürlich nicht gewinnen konnten. Einer der stärksten Gegner, gegen den wir in den letzten Wochen gespielt haben, muss man klar sagen. Und wir waren, das hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, nicht der Favorit. Ich glaube zwar, dass wir ein bisschen so gespielt haben, als wären wir der Favorit. Weil wir haben sehr hochgespielt und ja, werden ausgekontert. Das sah so aus wie in guten alten Zeiten in der Hinrunde, wo wir viel nach vorne machen wollten und dann hinten einfach mit wenig Tempo ausgekontert wurden. Mit jung und groß in der Verteidigung und einem überforderten Malatini hochstehen, hochzupressen, kurz vor der Halbzeit und dann das 2-0 fangen. Das ist, nett geausgedrückt, naiv. Aufstellung, Vorschau. Habe ich gesagt, Ole stellt so auf. Und ja, es war exakt diese Aufstellung. Das heißt, er hat tatsächlich Dux und Volt thematisch spielen lassen und er hat Agu für, nicht für die Mann, aber er hat das ja in der Pressekonferenz nochmal aufgerissen, das Thema. Aber Agu hat natürlich von Anfang an gespielt. Und ja, auch wenn der eine oder andere meint, ich wäre da lost im Thema. Jetzt muss er was ändern für nächste Woche. Stay hat man gesehen. Der hat zwei klare Torschossen und der kann es offensiv einfach nicht. Das ist ein Defensivspieler. Also, und klar, Romano spielt auch nicht so stark, aber wir brauchen eine spielerische Komponente. Sei es Alvero, den ich ganz spannend heute fand, hat ganz intelligente Bälle gespielt. Sei es ein Bittenkurt, sei es ein Naby Keita, aber der ist ja anscheinend raus. Aber Stay und Schmidt auf der Acht ist falsch. Stay spielt entweder auf der Sechs und muss mit Linien auf der tiefen Sechs um den Stammplatz kämpfen, aber nicht beide gleichzeitig. Da fehlt uns einfach ein spielerisches Momentum. Denn unsere zwei Achter müssen einfach auch vorschieben und müssen Richtung Torschossen den Sechzehner besetzen. Und da ist Stay einfach nicht fähig. Er ist einfach kein Offensivspieler. Das ist nicht schlimm, aber er hat eine steife Hüfte und er ist nicht torgefährlich. Daher auf der Sechs oder gar nicht. Ole. Im Übrigen Malatini kann ich nur sagen, aktuell muss er spielen, wir haben keinen, aber Malatini ist am Rande des nicht fähig Bundesliga zu spielen. Das ist super nervös, das ist super unkontrolliert gegen Bayern. Das ist für mich ein klarer Elfmeter, der springt da rein. Einmal hat er auch diagonal, hat ein Konter zugemacht gegen Bebun, ist da in den Reihen gerannt. Also fürchterlich, fürchterlich. Ich glaube, dass er eher in der Viererkette zum Beispiel einen guten Außenverteidiger machen könnte oder auch in der Fünferkette einen defensiven Part. Ich denke auch, dass sich Ole jetzt denkt, okay, wir haben jetzt noch ein paar Punkte Vorsprung. Und im Übrigen, jetzt ist die Situation, wir müssen ihn spielen, weil Weißer wird ja wahrscheinlich gehen. Und dann haben wir vielleicht einen neuen Rechtsverteidiger. Aber das IV ist der jetzt eigentlich nicht tragbar. So ist es nochmal. Aber wir schauen uns erstmal nochmal die Wechsel an. Alle, die dunkelgrün sind, sind gewechselt. Und bevor er sagt, um Gottes Willen, wo stellt der denn den Bittencourt hin? Ja, der Bittencourt ist halt für groß eingewechselt worden. Und darum habe ich ihn als Innenverteidiger gespielt. Bittencourt hat natürlich nicht Innenverteidiger gespielt, war natürlich deutlich weiter vorne. Haben wir halt mit einer Viererkette beziehungsweise einfach mit zwei IVs gespielt. Aber fangen wir von vorne an. Also 64. Minute, der Klassiker. Jim mal rein. Ich habe schon Voltemate geschrieben und auf einmal tut er Duxch auswechselnd. Sieh mal an. Ich glaube, das könnte der Beginn des Duxches Untergang bei Bremen sein. Das hört sich jetzt sehr dramatisch an. Das soll gar nicht so sein. Aber ich glaube, so einen verdienten Spieler, da macht man das peu a peu. Man hat ihn lange Zeit einfach durchspielen lassen. Man gibt ihm die Startgarantie. Dann ist er mal 10 Minuten, 15 Minuten vorher ausgewechselt worden. Da mal wieder nicht. Und jetzt beginnt schon, dass ein Voltemate erstmal drin bleibt und wirklich mit mir mit Voltemate und Chinma spielen. Voltemate hat leider die Form von Bayern komplett verloren. Er hat den Impact nicht mehr. Aber er hat wirklich Chinma und Voltemate spielen lassen und hat 64 Minuten D-Mann für Agu. Ich weiß nicht. Ich habe fast das Gefühl, er will jetzt immer einen D-Mann auch noch bringen. Agu, finde ich, hat ein grundsolides Spiel gemacht, besser wie gegen Darmstadt. Mein Gott, ziemlich schlecht. Aber er hat auch bei einem Aktion ein bisschen Schmerzen gehabt beim Kopfballduell. Vielleicht war es auch irgendwie schmerzmäßig, weiß ich nicht. Aber warum der Wechsel kommt, habe ich so nicht ganz erkannt. Aber vielleicht will man auch jemanden bei Laune halten. Dann Alvero für Stay. Da war ich sehr überrascht. Da frage ich mich Naby Keite. Der macht von fünf Spielen, aber Afrika hat vier. Nicht alle von Anfang an, aber er macht sie. Und ja, also wie gesagt, ich habe letztes Mal schon gesagt, Naby Keite macht kein Spiel mehr für den SV Werder Bremen. Schade irgendwie, aber ist dann anscheinend so. Alvero hat mir sehr gefallen, weil er tatsächlich ein sehr tolles Passspiel hat. Ich habe mir mal so ein Highlight-Video angeguckt, was ich sehr ungern mache, weil ich das total überbewertet finde. Aber Alvero fand ich richtig, richtig gut. Sehr spannend. Und Komlatski, und wollte Madde, da gefällt mir die Körpersprache gar nicht, Komlatski. Du bist nur am Meckern, nur am Lamentieren und kriegst gar nichts auf die Kette, Junge. Konzentriere immer auf dich selber, schau, dass du Fußball spielst. Das nervt wirklich. Und Bittengut für Großjahr. Bittengut muss da früher rein mit seiner Frechheit, mit seinem Spielwitz, mit seiner Aggressivität. Der gehört einfach rein. Und wer das nicht versteht, der sieht halt den Fußball anders wie ich. So ist es nun mal. Der muss früher rein. Er wird auch gegen Dortmund spielen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und der Wechsel ist ja nur, weil wir hinten drin sind und unbedingt noch zwei Tore brauchen. Somit hat Pavlenka, Röcke, Opitz und Keita keinen Einsatz. Na wie Keita. Bei Pavlenka zwei Tore. Okay, Röcke ist eigentlich ein Regionalligaspieler und Opitz ist ein Junge, der auch beim Nachwuchs hätte spielen sollen. Und dann Nabi, ich habe schon die Champions League mit Liverpool gewonnen oder bin Meister mit Liverpool geworden. Keita, spiele keine Sekunde. Das ist ein klares Zeichen von Ole. Wahrscheinlich auch richtig, man weiß es nicht. Was für ein Spiel habe ich erwartet vorher? Hoffenheim ist, eigentlich habe ich nur geschrieben, das kann man nicht streichen. Eine spielerisch gute Mannschaft und sollte den balldominanten Part übernehmen. Und das haben sie auch gemacht, solange sie Elf gegen Elf gespielt haben, in Gleichzahl waren. Werde wird tiefer stehen, wie eben zuletzt Erfolgsrezept. Jein, muss man sagen. Also naja, weil wir halt dann einfach am Schluss meinten, okay, jetzt pressen wir nochmal. Klar, wir waren gar nicht so schlecht im Spiel in dieser Phase. So in letzter Viertelstunde der ersten Halbzeit, wir sehen es hier. Da waren wir gar nicht so schlecht drin. Aber sich dann so auskontern zu lassen. Der Junge ist halt einfach zu langsam, Akku kommt da nicht hin. Malatini weiß, glaube ich, gar nicht, dass hinten der Bayer ist. Er geht nur nach vorne und kommt da an dem Ball nicht hin. Das ist alles so schwach. Und Zetter holt halt so einen Unhaltbaren leider auch nicht raus. Muss man nicht halten, aber kann man vielleicht, wenn man ohne die besten Fünftoi der Bundesliga gehören möchte, dann haltet man den vielleicht auch. Aber ja, und dann steht es halt 2-0, dann war das Ding leider fast schon weg. Aber wir fangen von vorne an. Ja, die Anfangsphase, die ganz Anfang, Anfangsphase, 15 Minuten waren noch relativ ausgeglichen. Aber dann hatte Hoffenheim auf jeden Fall eine Phase, wo sie besser waren. Da haben sie auch das Tor gemacht im 10er-Bereich. Da habe ich sie sogar gar nicht als viel besser gesehen. Im Übrigen habe ich jetzt vergessen zu sagen, ich habe es einen Tick verändert, die Sache. Ich habe nur noch 0, 1 und 2, also 0 heißt gleich, also auf Augenhöhe ausgeglichen. 1 ist besser und 2 ist viel besser. Ich habe die Hoffenheim immer selten viel besser gesehen, aber ich habe sie in der ersten Halbzeit sehr oft besser gesehen. Und dann hatten wir eben eine Phase, so zwischen 20 und 30 Minuten haben wir es geschafft, das Tempo ein bisschen rauszunehmen oder ihre Euphorie und haben das Spiel auf jeden Fall gleichgültig oder gleichmäßig gedreht. Das war gut. Und dann war es halt zwischen der 40. und 45. und da haben wir gedacht, okay, jetzt sind wir so drin. Zweimal ein bisschen Pfosten, Pech gehabt. Dann, oder was, einmal Pfosten, einmal gehalten. Irgendwie waren es zwei Situationen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, jetzt pressen wir und dann rennen wir dann in den Konter rein und dann bist du 2-0 hinten. Naja, also teilweise Hoffenheim klar besser. Werder zwischenzeitlich gut im Spiel. Das ist eben, darum geht es von 2 auf die 0. Werder lässt sich beim 2-0 auskonten, Probleme wie aus der Hinrunde. Ich kann mich da nur an Darmstadt und an Heidenheimspiele erinnern. Und daher war das am Ende des Tages schon irgendwie enttäuschend. Wenn du als Mannschaft kommst, die drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen hat, die vor dem Spiel noch die drittbeste Rückrundmannschaft war und Hoffenheim wirklich eine ganz, ganz schwache Phase hatte, dann ist das in diesem Konstrukt schon enttäuschend gewesen. Ja, das ist dann der Spielverlauf. Ja, es war eigentlich immer ausgeglichen. Hoffenheim hatte auch mal eine kurze Phase, ein bisschen besser. Ich habe uns aber nie besser gesehen. Ja, man kann natürlich jetzt überstreiten, ob man nicht in der 90. dann besser war, weil wir dann in der Nachspielzeit dann das Tor machen. Aber andererseits, ja, kann man sagen. Aber waren wir wirklich so viel besser, obwohl wir in Überzahl waren. Da haben wir uns sehr schwer getan. Hoffenheim hat das leider mit Glück und Geschick gut verteidigt. Und so wirklich ganz, ganz große Torschossen haben wir uns in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten auch nicht mehr. Daher geht der Sieg da leider auch in Ordnung für Hoffenheim, aber tut natürlich sehr, sehr weh. Genau, ich wusste doch, dass ich eigentlich am 90. den Punkt bei 1 gemacht habe. Hier habe ich ihn gemacht. Da noch nicht. Daher vielleicht könnt ihr euch selber überlegen, was ihr da besser findet. Also, zweite Halbzeit war ausgeglichener, das kann man klar sagen. Kein FF Hoffenheim finde ich eigentlich falsch. Wenn ich so eine Aktion für Bremen sehe, würde ich mich sehr freuen, wenn Bremen da einen Elfmeter bekommt. Daher hätte ich gesagt, okay, das war es 3-0. Ich bin gleich von meinem Pitschen weg und habe mir einen Kaffee gemacht. Aber ich dachte, okay, jetzt ist das Ganze aus. Obwohl wer dann überzahlt, zu wenig Momente kreiert. Das muss man auch klar sagen. Malatini, wie gesagt, finde ich, darf nur spielen in der ersten Bundesliga, wenn wir keinen anderen haben. Alvero fand ich dafür stark. Dux, der Anfang vom Dux-Ende, habe ich vorhin schon gesagt. Und Bittencourt sagt, was er wollte. Er muss jetzt Startelf spielen. Die Spieltaten, wie gesagt, eine Minute nach Abpfiff, wieder bei bundesliga.de auf F5 gedrückt. X goes, geht das Spiel 2-2 aus, im Übrigen. Lauf Distanz waren wir besser, das mache ich ja gar nicht. Mehr laufen, dann auch noch verlieren, ganz schlecht. Mehr Sprints machen, auch noch verlieren, ganz schlecht. Ballbesitz, ja, wir hatten dann am Schluss mehr, aber auch nur, weil dann natürlich Hoffenheim ja, keine Ahnung, 25 Minuten oder so oder 30 sogar in Unterzahl gespielt hat. In der ersten Halbzeit gab es mal eine Situation, da hatte Hoffenheim sogar 57%. Ich habe gesagt, keine Mannschaft wird mehr wie 54% haben, wäre das 11 gegen 11 Ausgang, glaube ich, wäre meine Aussage richtig gewesen. Aber dann hätte 43, 54, 54 oder 53 vielleicht auch 52% Ballbesitz Hoffenheim gehabt. Die hätten mehr gehabt, nicht wir, das dürfte klar sein. Torschüsse haben wir dann am Ende mehr, das ist natürlich dann bitter, das ist ganz selten. Bremen, seit ich mit diesen Videos, mit diesen Spieldatenvarianten mache, habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, dass wir mehr Torschüsse haben. Vielleicht gegen Darmstadt, aber gegen einen ernst zu nirrenden Gegner haben wir das nicht einmal gehabt. Passquote ist immer sogar besser und Zweikampf, ich glaube, wir haben sogar einen einzigen Zweikampf mehr gewonnen wie Hoffenheim. Aber das muss ich ehrlich sagen, ob jetzt 81 zu 80, da wollte ich jetzt nicht 49 zu 51% sagen. Daher war es ein sehr ausgeglichenes Spielballspiel auf Augenhöhe. Wir müssen aber bei den X-Großwerten einen besseren Wert haben, wenn wir so lange in Überzahl spielen. Und andererseits, ja, den Weghoß haben wir gut zugemacht, aber dem Bayern, den ist der wirklich so gut. Ja, der ist 1-0 gut, da ist er super fix da. Dass er da auch irgendwie Mitchell Weiß ein bisschen überrumpelt, wundert mich auch, aber den trifft halt wirklich gut. Und ja, so läuft es halt einfach. Schade, schade, schade. Ich habe die Tabelle gemacht, im Gegensatz zu den letzten Faziten kurz nach dem Spiel. Ja, das Schöne ist ja, dass sie wirklich wenig getan hat. Wir sind immer noch Achter, aber man muss auch sagen, es sind fünf Punkte auf Platz 15. Und jetzt kommen die schweren Gegner, jetzt kommt Dortmund. Jetzt kann es sein, dass wir auf einmal nichts mehr gewinnen oder wenig gewinnen. Und dann können wir ganz schnell auch 13, 14, 15er sein. Und dann fangen wir vielleicht auch noch das Zittern an. Und spätestens dann können wir uns sagen, ach, wir hatten irgendwann mal Mitte der 20er-Spieltage mal kurz über Europa geredet. Wie naiv waren wir da eigentlich? Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir nochmal einen Sieg jetzt dann mal brauchen. Einen zweiten mit 36 Punkten. Wäre es, glaube ich, die letzten zehn Jahre, wäre es da immer drin geblieben direkt. Dann halten wir das Thema auch schon vom Tisch. Und dann wäre es schön, wenn wir das rechtzeitig machen. Dann können wir nur gucken, wie weit es geht. Aber diese Mannschaft sollte nicht sich für Europa qualifizieren. Das wäre, glaube ich, falsch. Fazit, ja, tut weh. Tut richtig weh. Nervt total, weil es Momente gab, wo man zurecht verliert. Es gab auch Momente, wo man unentschieden absolut in Ordnung gewesen wäre. Das war ein munteres Spielchen von zwei Mannschaften, die sie nicht versteckt haben. Das ist schon mal gut, dass wir wieder so ein Spiel machen können. Aber Hoffenheim-Hutter gegen uns sechs Punkte. Und das ist sehr, sehr schade. Ich bin genervt. Manchmal mag ich den Fußball nicht. So wie heute. Einmal sage ich es noch, das ist kein Karlsruher SC-Pulli. Das ist eine andere Mannschaft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der Basibé, Bremen-Fan aus Bayern. Und darum auch zur Verabschiedung. Kein Tschüss, kein Moin. Bitte Kurt muss jetzt spielen. Servus. Oder Alvero.